Der spirituelle Name Aishwarya. Aishwarya ist ein spiritueller Name, der die Herrlichkeit Gottes ausdrückt. Aishwarya ist ein weiblicher Name und bedeutet diejenige, die die Macht, die Größe Gottes erkennt, erfahren will. Aishwarya ist auch die Allgegenwart. Ishwara heißt Gott. Aishwarya sind die Eigenschaften Gottes. Und Aishwarya ist diejenige, die all diese Eigenschaften Gottes wahrnimmt. Wenn du den Namen Aishwarya hast, dann soll das heißen, dass du hinter allem die Herrlichkeit Gottes sehen willst. Dass du hinter allem Schönen und allem Großartigen das Wirken Gottes sehen willst. Und dass du weißt, auch in dir stecken die verschiedenen Fähigkeiten und Kräfte. Was auch immer in dir großartig ist, ist auch eine Manifestation des Göttlichen. Daher lass Aishwaryas durch dich hindurch fließen. Erkenne die Schönheit und die Großartigkeit Gottes überall. Wisse auch, dass die Schönheit und die Großartigkeit Gottes auch in dir ist. Und lass Gott durch dich hindurch wirken. Und siehe auch, dass diese Großartigkeit Gottes sich auch manifestiert in so vielen anderen Menschen. Ich habe einen längeren Vortrag über Aishwarya schon gegeben. Dieser ist als Video erhältlich und als Niederschrift auf wiki.yoga-vidya.de-aishwarya.